Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode Gauntlet mit dem Bladeck, dem Atta und dem Xtreme. So, jetzt wollen wir mal schauen, was hier so läuft. Ach, das machen wir doch easy, oder? Das machen wir doch voll leicht. Dieses Relikt, was ich jetzt gerade geholt habe, muss ich das irgendwie aktivieren oder ist das einfach... Mit E? Mit E kannst du das benutzen. Achtung! Hast du noch Schlüssel? Schlüssel habe ich... Wo ist die Tür? Na oben, nach oben, nach oben! Easy! Ja, wir haben uns nämlich in der Zwischenzeit haben wir uns Relikte gekauft mit dem Geld, was wir in der ersten Episode erspielt haben. Und damit können wir die Angriffsgeschwindigkeit erhöhen. Zum Beispiel? Und bewegen die Geschwindigkeit. Oben ist Essen? Nein, der Typ! Das ist eine sehr praktische Sache mit der Angriffsgeschwindigkeit. Ja, ich habe es leider nicht genommen. Was hast du denn? Ähm, ich habe mir eine Waffe genommen. Genau so. Achso. Nee, für so ein Zeug hatte ich gar kein Geld. Ich konnte nur diese Relikte. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen. Ja, verdammt. Wo ist denn? Hast du mir was übrig? Ah! Da hinten ist noch was. Merkt mal deutlich mit der Angriffsgeschwindigkeit. Oh ja. Oh ja. Weiter, 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 weiter. Probier schon. So. Boom. Ich habe ja schon zwei Schlüssel gespeichert. Ne, zwei Leben. Äh, wieder. Genau, meine ich. Ah. Ob einer einen Schlüssel hat, sieht man unten über der Lebensbalkenanzeige. Ja. Und wie viele Kills man hat. Warte, raus da. Da ist das Vieh kommt wieder. Ah, falsche Richtung. Na, verdammt. Warte, 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 warte. Ich nehme mir mal. Ich nehme, ich nehme mir das andere. Ja. Woll, blau. Ich bin immer noch am wenigsten. Ich nehme mir noch mal, weil es kleinere waren. Na unten, oder was? Nee. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Du unser Freund. Hm? Ich habe, da wird schon ein Abonnent bei uns. Ja, wollte ich gerade sagen. Spezialabonnent. Geh ne Folge an, du. Top-Spender. Haha. Er donated uns, Mann. Immer so'n Fuchs, oder keine Ahnung. Hier, kannst du mir zu heilen? Nicht immer gegenlaufen, Faustus. Oh ne. Kommt, 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 kommt. Nach oben, nach oben. Oh ne. Kommt, kommt, kommt. Wie er sich in alles Gold rein rennen, äh, wollen kann, nur. Da kriegste gar nichts ab. Da sollte man schon so'n bisschen timen. So, das war's. Level abgeschlossen, ey. War ja einfach. Alter, guck dir an, Faustus, guck dir das mal an. Krönster Bonus. Gierigster Held. Ja, von wegen ich. Ja, das war eine ziemlich kurze Folge, würde ich mal behaupten. Ja, macht ja nix. Machen wir direkt, äh, die nächste Zeit her? Ja, ja. Aber hier machen wir jetzt mal nen Cut. Okay. Echt? Wollen wir? Oder nicht? Ich dachte, naja, das waren vielleicht 5 Minuten, oder dass es überhaupt kommt. Ich hab gecuttet. Oh, das ist... Das ist ne Spezial der wir hier. Mhm. Also machen wir jetzt erstmal nen Cut. Ja, Muri.